Hallo, ich lese jetzt aus dem Heft Lucis Rausch, Ausgabe Nummer 8 vom November 2018. Normalität als Dröhnung von Wolf Schneider Was ist ein Rausch? Ist es eine Abwendung von der Welt, weil mir dort alles zu viel wird, oder ist es eine Hinwendung zur Welt, weil ich mein Allein- und Getrenntsein als eine Täuschung durchschaue? Ich behaupte, dass ein Rausch beides sein kann und dass die zweite Möglichkeit zu selten gut geheißen, geschweige denn gesellschaftlich gefördert wird. Ich behaupte sogar, dass der Normalzustand des sich für nüchtern und realistisch haltenden Menschen eine Dröhnung ist. Und dass diese Dröhnung kulturspezifisch ist und das Aufwachen daraus unvergleichlich schwerer als das Ausschlafen nach einer durchzechten Nacht. Doch der Reihe nach. Sind Menschen eigentlich wach, wenn sie sich für realistisch halten? Vor allem Künstler, Träumer, Utopisten und Endogen oder Exogen gerne fröhlich berauschte, nervt der Realismus, der sie verurteilt. Denn er ist eigentlich kein Realismus, sondern eine Art geistige Umnachtung. Er ist die Dröhnung der Unerwachten, Konditionierten, der allzu leicht verführbaren, unsouveränen, die sich in selbstgewisser Arroganz realistisch nennen und dabei kaum merken, wie sehr sie nur Stimmvieh sind für Demagogen aller Art. Diese Haltung des Erwachsenseins, des reifen Egos nach Freud, das zwischen animalischem Es und geistig forderndem Über-Ich den Ausgleich zu finden beansprucht und dabei doch ohne die Bestätigung anderer aus derselben Trance-Glocke in sich zusammenfiele. Schon allein die Welt mit Worten erklären zu wollen, ist ein riesengroßer Ehrtum. Das Wort ist nicht das, was es meint. In einem Gedankengebäude kann man nicht wohnen und das Wort Kuchen kann man nicht essen. Leute, es ist doch nur ein Bild, ein Wort, ein Konzept, ein Finger, der auf den Mond zeigt. Erst das Erwachen aus der 0815-Trance des sogenannten Realismus lässt diese kulturspezifischen Dröhnungen, die wir für so schützenswert halten, hinter sich. Diese Dröhnungen sind die Rauschmittel der sich gegenseitig bestätigenden Hofschranzen des Mainstreams und der Klacköre in Andersons Märchen des Kaisers Neue Kleider. Können psychogene Substanzen ein Erwachen aus diesen Trancen bewirken? Und wenn sie ein Aufwachen einmal initiiert haben, können sie es weiterentwickeln und dabei dieses Leben zwischen den Welten stabilisieren? Ja, sie können das alles. Aber damit sie diese Schätze entfalten, muss man gut mit ihnen umgehen. Man darf es nicht so machen wie Goethes Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, dann nicht mehr los wurde, weil er den Code vergessen hatte, das Zauberwort, den Algorithmus, das Mittel, das ihn dorthin gebracht hatte. Die bewusstseinserweiternden Substanzen sind gefährlich, weil sie den Normalo in seiner Selbstgewissheit erschüttern können. Und wer kann schon mit einer solchen Erschütterung umgehen? Darin sollten wir uns nicht überschätzen. Auch wenn die guten Substanzen nicht süchtig machen, im Gegensatz zum Alkohol und vielen anderen Süchten, darunter auch der Sucht danach, von einem wertenden Kollektiv für gut befunden zu werden, was ja von der Steinzeit bis heute über unser Leben und unseren Tod entscheiden kann. Die Besseren unter den spirituellen Disziplinen versprechen nicht bloß, uns in eine neue, bessere Trance zu führen, in schönere Gefängnisse, sondern uns wach zu halten. Aber können sie das auch? Vielfach bieten sie die Fähre als Hausboot an, wie Buddhisten es gerne nennen. Der Fähre, die uns einmal hinüber ins Land der Freiheit gebracht hat, sind wir dafür nun so dankbar, dass wir es uns auf ihr gemütlich einrichten, anstatt das Land der Transzendenz weiter zu erkunden. Das Leben jedoch hat seinen eigenen Willen. Mit dem, was es uns Tag ein, Tag aus vor die Füße wirft, bleibt es eine Herausforderung, so unabsehbar und so unbestechlich wie Gefattertod, unser aller Guru. Da hilft kein Tricksen. Erst wenn wir das Leben als fortwährende Midlife- und Identitätskrise verstehen, hört der Versuch auf, sich dort einzunisten. Weltliche Nester und Landeplätze, die dürfen nicht nur sein, wir brauchen sie. Auf dem spirituellen Weg jedoch gibt es keinen Landeplatz, auf dem wir auf Nummer sicher gehen können. Erst durch die Gewissheit, dass wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand, wie Dietrich Bonhoeffer es ausdrückte, in seiner Poesie auch für Atheisten verständlich, sind wir gefeit gegen die neuen Gefangenschaften, die die spirituellen Wege uns anbieten. Ist der weise Umgang mit LSD, Psilocybin und DMT, diesen edlen unter den Substanzen, ein Thema nur für die Reichen und Gebildeten? Vor allem die an Freizeit reichen? Können nur die sich das leisten? Ich glaube, dass die Sehnsucht nach einem entkonditionierenden Rausch keinem Menschen fremd ist, auch nicht den im Überlebenskampf Gefangenen. Nach den ersten Schicksalsschlägen lächzt jeder von uns nach Befreiung. Die meisten traditionellen Rauschmittel, darunter Alkohol, Kokain, Kat, Opium, erlösen uns nicht aus dem Präkariat der Armut oder gar der Condition Humaine. Im Gegenteil, ihr Suchtpotenzial kann uns fesseln. Andere, wie die drei eben genannten Edlen, können unter geeigneten Umständen befreien. Einzelne können durch sie einen Blick auf den Himmel gewinnen und erkennen, dass die Dröhnung durch engherzige Ideologien, dogmatische Religionen und Sprachgläubigkeit nicht auf ewig unser Schicksal bleiben muss. Ich wage zu hoffen, dass einzelne solcher Katalysatoren sogar imstande sein werden, ganze Kollektive gegen die Arroganz der herrschenden Realismen zu impfen. Nein, es ist kein Luxusthema. Das Begünstigen guter Räusche und das Erwachen aus den Schlechten unter ihnen ist ein Thema für uns alle und es ist sogar von weltpolitischer Bedeutung. Der Suizid der Menschheit, auf den wir als Bewohner dieses Planeten allem Anschein nach in hohem Tempo zusteuern, ist wahrscheinlich nur durch ein massenhaftes Erwachen aus der Besessenheit eingeschüchterter, angstfixierter Normalos möglich. Wenn entheogene Substanzen uns dabei helfen können, dann nur zu. Wendet sie an. Aber wendet sie gut an. Universität 111 9 13 15 16 18